so hi na da werden wir zu einer weiteren folge platz bohren ja erstmal sekunde kurz was ist denn meine waffe auch so der cleaver ok 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 ja wir machen jetzt eben hier den unterrichtsgebäude zweiter stockabschnitt genau und danach ja danach gehen wir in ja nach und überhaupt noch genau ja dass das klingt auch ein plan das klingt sehr gut das klingt überragend naja also ja ja wo gibt es nicht so hin kein hast ich meine oh hallelie hallelie arschloch oh my fucking god tut 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 mensch die brauchen hallo hallo na ihr spuckt jetzt aber nicht von da drüben rüber das macht man nämlich nicht sie tun es ja 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 oh mein gott kleiner wichser haben wir hier was haben wir hier die namenlose präsenz des mondes die von loren sozusagen anhänger gerufen wird bleich blut ja flora heißt übrigens die namenlose präsenz des mondes also die mond präsenz 3 3 3 schnüre ja ja also für die die es wissen wollten ja die hat sogar namen die mond präsenz ich könnte meine lobe die mond präsenz machen wir mal eine idee naja mal gucken einfach so etwas können die stadt richten da meister will hat er recht evolution ohne modus wieder untergang unserer mit dem untergang unserer art sein arschlöcher arschlöcher ja gehen da bist du auch so ein arschloch wir sind im kreis gelaufen jetzt gehen wir dann die spugnheimers football und hauen den spugnheimers auf die fresse nicht wahr spugnheimers ja jetzt noch nicht schon mal eher rüber der scheiße heidu stirbt doch nein das machst du nicht und nein das tust du nicht normalerweise können die quitsilberkuchen kloppen aber heute wohl eher weniger sagst du geh doch was haben wir da oh nehmen wir ja 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 bloß da wo du bist hängen die nicht wieder wie ein rotz an der decke die hängen doch gerne wie ein rotz an der decke ist quasi den hobby wir uns an der decke zu hängen das mikro ein ja gott sei dank kommunion habe ich überhaupt schon ja also eigentlich fehlt dann da noch was ne weil irgendwo ja halt das ist doch ein das ist kein key gegenstand ah ne alles gut alles gut alles gut also wenn sie mich mal entschuldigen wollen würden sie wären da wo ich gerne hin gehen würde ja hier mach mal kaputt aber komm schon heute noch wir haben nicht ewig zeit ja du hängst jetzt echt an stühlen fest tut mir leid die scheiße sind mir jetzt auch so dumm exakt na hast du mir nicht ausgelacht ja ja zerfegt jetzt warte jetzt einen Moment glaubst du mich lieb ich mich ich ich glaube nicht ich habe dir mit dir eine Sache die meisten segreter jetzt du bist ein Schmerz und alles stärker für es du solltest es wenn du ein Gratitude in dir ich habe es projekte äh ja ja ok war lustig ähm ja ähm ja wir haben ihn jetzt als Händler quasi für die Kelchdanges freigeschalten er ist sackteuer aber will ich in einer notfeste Teufel fliegen und vielleicht mal noch froh wenn man ihn mal hat Schlauze tja linkslöchfe gehen mit amofo sind nur so bekommen wir den oder so äh und äh ja man kann ihn killen aber dafür gibt es halt nur äh äh freigeschalten zeitlieb die saftigen seelen hier guckt euch an die leckerseelen wie sie da sitzen könnte ich mich ein legen meine blutekos natürlich so gut eckos also lecker blutekos jägerkalli oder wie das klingt auch geil da komme ich gleich hung auf wildfleisch lecker hier schon der wildsau lecker ausgeschwenkt im eigenen saft mit ein bisschen bradfett die angerösteten kartoffeln bist du uncool du bist ein uncooles arschloch geht's weg geht's weg kürt ihn doch nein mit ihm nicht die wild bringen können wir nicht erinnern dass es was wir was toll ist deswegen dass ich ihn leben muss im Sinne zu stark der ergeben mich nur wenn ich dann drauf gehen wenn der die blutekos bekommt das ist scheiße also nein am ende solltet haben ja da werden wir da nun soll ja wunderschöner wunderschön hier wunder wunderschön halt deinen maul du gehör man reiche mir bitte meine laterne was bieten du immer erstmal drauf buffen aufhören ich bin mit dem damage noch etwas unzufrieden wenn ich ehrlich bin ach stimmt der kackt ja würme aber aber zum Glück haben wir da was gegen Würmer nämlich die patentierte Peitsche er lebt noch der kleine Hurenwichser und einer von denen gibt halt einfach mal 312 Echos weil sie es können oh hallo entschuldigung ich wollte dich nicht ignorieren glitscht mir ja auch nicht in den stein ja ich brauch das echt jetzt jetzt echt ich brauch ne fucking laterne wo ist ne fucking laterne wenn du mal ne brauchst ne fucking laterne hab ich die übersehen das kann doch gar nicht ich mein die leuchten doch blau hab ich die jetzt echt übersehen ne oder ne wo doch ihr habt ihr die laterne nicht übersehen ne die kommen dann erst noch ne ja also ich wäre dann so demnächst ja schon mal ne Traum des Jägers zurückgegangen und äh ja evtl eventuell mal darüber nachgedacht ein paar Blutechos auszugeben so das macht man ja so hab ich gehört ah he 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 guck einfach mal zwei Meter weiter nö he 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 okay äh moment moment können die nicht auch verwahnsinnigen da nö nö da nö ich bin nur hinter deinen echos her oh mein Gott oh mein Gott Es hat Eier gelegt. Ja. Kusch. Ey, weg jetzt. Was willst du da oben, Auge? Könnte so einen Schöpfen länger dauern. Moment. Ja, machst du toll. Stirb. Danke. So. Traum des Seeligers. Und dann... Habe ich die Einladung? Ja doch, oder? Habe ich die Einladung mitgenommen? Ich habe doch die Einladung mitgenommen, kann es mir nicht sagen. Ja, ich habe die Einladung. Hallo. Na? Wache auf, komm. Ich muss weiter. Wie willst du denn? Ja. Eigentlich. 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 Warum nehme ich so viel? Na ja. Gegebenenfalls muss ich meine Waffen noch reparieren. Ja, wäre schon nett, ne? Wäre schon nett. Bringt sogar mehr. Dann machen wir mal Stärke hier. Alles geil. Ja. Kann ich. Kann ich. Werde ich tun. Und wie ich das tun werde. Und... Kacke. In der Regel versteige ich die nie großartig. Warum? Weil... Reposten kannst du mit jedem Level damit. Oh, die verbessert er mit der Mophose. Nehmen wir die weg. Und nehmen die rein. Niceo. Dann haben wir die Jäger-Rune rein. Warum? Wir spielen ja momentan eh kein Coop. Äh... Reparieren muss ich den Schlitzer. Und auf geht's. Äh... Warum? Die Jäger-Rune... Äh... Die Jäger-Rune... Äh... Wie gesagt, erhöht die Ausdaueregeneration. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist jetzt... Ein 0,5er-Bereich oder so. Fragt mich nicht genau nach dem Wert. Ich weiß das gerade nicht. Ist mir auch ziemlich egal. Aber es beschleunigt etwas die Ausdaueregeneration. Und... Da ich ja eh gerade kein Coop spiele. Ist die... Die... Andere Eid-Rune da. Die... Dessen Namen ich gerade vergessen habe. Hier. Unreinheit. Irrelevant für mich. Weil die gibt uns ja nur mehr Leben, wenn wir ein Phantom sind. Gell? Ich stimme es mir noch zu, ne? Ah, wundervoll. Nicht wahr? Ah... Sag ich auch. Schüss. Oh, Stück Scheiße. Ja, genau. Lebt da noch jemand, ne? Keine Antwort. Arschloch. Oh, ich vermisse es. Es ist Kondor. Und dieses... Mhhh... Das war schon lustig. Hallo. Tschüss. Stimmt. Stimmt. Das... Hätte ich... Fast... Hätte ich fast... Bisschen vergessen. Äh... Ab... Ab... Der... Nachtstunde? Puh. Ab der Nachtstunde... Spawnen... Die... Die Dinger da. Die Dinger da halt eben. Ich bin doch gar nicht da. Ich weiß gar nicht, was ihr davon mehr wollt. Die spawnen dann automatisch. Ist nicht schön, aber hey, was willst du machen? Ey! Hey, da zum Reposten tut's die Waffe. Ich will damit ja gar kein Damage anrichten. Es geht nur ums Geschäft. Und du benimmst dich in meinem Laden mit der Drecksau. Tschüss. Ja, Probe auf Exempel. Wie viel Damage mache ich in meinem Angrissmodus mit dem Scheißding? Ich würde sagen, gerade so genug. Könnte besser aussehen, aber hey. Kleinigkeiten. Nicht wahr? Ja, absolut. Den brauche ich nun wirklich nicht. Ja, äh, hi. Wir sind jetzt am mystischen Vlog von, ähm, Hemmwe Knochenstraße. Und dann wird hier geil Zombie-Hotty-Hü gerufen. Zwei Zombie-Hotty-Hü. Und... Kutschi. Hallo, Kutschi. Hallo, Kutschi. Ein bisschen gammelig, ein bisschen modrig. Aber kann man mal machen, ne? Wenn Sie jetzt mal die Fragen schon, warum ist das so ein Stofflappen da, ne? Äh. Wobet. Halt. 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 Dankeschön, wenn jemand gesunder gesagt hat. Ähm, warum ist dieser Stofflappen da an der Tür? Dieser Stofflappen war für die Bequemlichkeit gedacht. Du hast etwas umständig sein konnte, an diesen Griff hinzukommen. Und da dieser Stofflappen leichter erreichbar war, konnte man einfach den Stofflappen halten. Wenn man die Tür aufgemacht hat, konnte man einfach die Tür wieder mit mittels Stofflappen zuziehen. Das war damals so, ja. Warum habe ich das jetzt tatsächlich hier? Eigentlich wollte ich damit jetzt ein Ladebildschirm überbrücken, aber hat der toll funktioniert, ne? Ja, da, es geht weiter. Wer wollte nicht schon immer mal nach Cainhorst? Zopp. Zopp. Und jetzt stellt euch das mal im Sommer vor. Mit Nutten und Blackjack. Oh, Tophel. Cainhorst. Ja, tote Pferde, ne? Blitzerfrierung. Die Kutsche sieht auch aus, wie wenn die schon ein paar Tage da stehen wird. Allgemein ist der Weg hierher etwas... Ja, ja, was soll ich sagen? Ähm. Speziell. Ui. Wie mein Handy gerade reagiert hat, warum? Ich habe doch gar nicht gesagt, Siri. Hör bloß auf. Wieso ist hier die... Ja, ich habe ein iPhone. Das iPhone, es ist ein Telefon. Es ist mir egal, von welcher Marke das ist. Äh. Äh. Uh. Oh. 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 Schon wieder ein Kind. Wieso hört man hier dieses dumme Kind auch schreien? Man weiß es nicht. Seid ihr so... Ich will es gar nicht wissen. Lasst euch von mir nicht stören. Seid ihr so stark wie eure Brüder aus dem DLC? Ne? Na, das ist... Das ist schön dann. Das ist sehr schön. Da kann ich mit arbeiten. Hallöle. Ach, keine Umstände. Ich mache das doch gerne. Ich komme doch gerne solche rüber. Na? Oder? Willst du mir ein bisschen entgegenkommen? Das wäre voll gastfreundschaftlich. Und so. Aber ich bin ja nur einer. Haaaaaaah. So. Da war doch gerade jemand. Na, da, 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 da. Da unten. Ich habe die Tocke gesehen. Nein, das tust du nicht. Der ist noch warm. Betäubender Nebel. Haben die da in... Fugishornhaut hier abgeraspelt oder was? Und die Flächen abgefüllt oder was? Oh, schau mal. Da ist schon wohl ausgehungert, der Junge. Ach, keine Umstände. Mal nur so aus Neugier. Ich will damage, mach das. Nicht ganz so viel. Also es sind anfällig gegen Arkan. Gut zu wissen. Rasendes Kaltblut. Betäubender Nebel. Noch was? Ich weiß, da unten liegt auch noch Gedönse, aber... Geht das von alleine auf? Ich hätte mir gedacht, man muss das aufquetschen. Naja. Das heißt, wie es will. Also, ich hätte es ja schon gerne. Auch wenn es nicht sonderlich wichtig ist. Aber auf der anderen Seite... Ich weiß nicht. Habe ich die Laterne eigentlich angemacht? Oder bin ich mal wieder blind? Hier reingeblindet. Ha, reingeblindet. Schick hier, ne? Schick. Würde ich auch wohnen, wenn es ja nicht so kalt wäre. Wie das hier gemacht ist, kommt direkt in der Schweiz auch nicht mal ein... Schön ist es ja schon. Schön ist es. Verdammt schön. Kann hier nieder. Geht doch. Hey, die hören sogar. Heul doch. Oh, wie frech. Und dreist. Und überhaupt. Oh, ich komme jetzt voll creepy und langsam auf dich zugelaufen. Du kannst ja gar nichts, kannst du. Ja, kannst ja gar nichts. Denkst du, ich habe dich nicht gesehen, du? Du unsichtbare Schlampe, du. Oh, da stirb. Ah, ich sehe dich. Mein Gott. Hallo, einfach die Schnauze. Es nervt. Es nervt. Oh, Moment. Ich muss kurz deinen Diener ficken. Jetzt komme ich zu dir. Noch was? Hallo? Oh, die schlurken da oben rum. Äh, Reiterverlust? Reiterverlust. Oh, Lüle. Ey, aber die geben ganz gut Blut-Echos. Kann man nichts sagen. Oh, ist das schön hier. Ja, ist das voll schön hier. Was holt ihr denn? Ihr müsst ja niemals sauber machen. Ihr habt ja für eure Schmuddelknechte. Undankbar. Ja, ihr hättest mich fast bekommen. Ich bin richtig verängstigt gerade von euren Treffer-Skills. Siehst du? Ihr könnt gar nichts, könnt ihr. Nix. Nix. Sie wollte doch springen. Ich habe nur nachgeholfen. Cool. Kann die zweite Waffe auch auf Stufe 9 bringen. Yay. So, da ist noch so eine Heulkuh. Nein. Und da haben wir noch eine. Ich weiß, wir pflügen uns da förmlich durch. Knauze. Ach, wer wäre ich denn jetzt, wo dann der ganze Arbeitgeber weg sind? Es wäre doch auch unfair, hier noch weiter leben zu lassen. Hör ich gerade. Au. Ey, also, ne, also das war jetzt echt der, echt der Pitch-Move. Das war jetzt aber wirklich scheiße, ja? Also jetzt langs. Mach das nochmal. Ihr Haufen Scheiße. Spieltet ihr euch überhaupt ein? Ich rede mit dir. Du bist auch gemeint. Liesel. Oh, die Blutechos werden als Entschuldigung gerade noch so akzeptiert. Halt die Schnauze. Gib mir mein geiles Kleid. Ja, Mann. Ah. Genau, zeigen wir Oberweite. Gut, nicht die Welt, aber... Sollen wir ein bisschen im Kleidchen rumlaufen? Ach, komm, wir laufen jetzt mal ein bisschen im Kleidchen rum. Weil wir es können. Weil mir nach Nutte ist. Sieht voll dumm aus. Äh, komm, mach das Ding weg. Mach das weg. Ist ja hässlich. Hä? 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 Ach, da vorne. Aufs Maul hauen, ehe er kreisen kann. Tötet ihn. Nein. Hat er was getroppt? Okay, gut. Gut, nix passiert. Alles gut. Ja, da oben lebt übrigens auch. Ist ein Arschloch. Hätte es jetzt gerne gehabt, ne? Wo? Blutsteinbrocken. Falsche Richtung. Die können übrigens Blutsteinbrocken droppen. Blutsteinbrocken droppen. Yeah. Das läuft. Ähm. Na, ihr seht ja, die Brücke hier ist immer ganz so original, ne? Also, ja. Ähm. Äh. 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 Weiß du, wo ich gerade? Ich hätte gedacht, vielleicht können wir von hier aus... Birkenworth sehen. Nein. Äh. Okay, auch gut. Es ist übrigens keine Statue hier. Let's Dropstopper, was? Ne? Arschloch. Ähm. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was kommt vor? Äh. Ah, ja. Das hier ist einer der gefährlicheren Diener. Das ist ein Fechtdiener. Ne, der hat mehr Leben. Muss man aufpassen. Und dann ist er auch kein Problem. Danke für die... Blutführung. Äh. Man sieht Birkenworth echt nicht von hier. Ja, das ist ja schade. Naja, vermute ich die andere Seite drüben. Hallo. Na, Arschlochmeierhof. Sollte das was werden? Ja. Oh. Naja. Wir müssen uns hängen. Dann wollen wir uns nicht beschweren. Ja. Genau. Ah, so. Hier gibt es jetzt auch die neuen Modelle. Modell Kreischkreisch. Modell Kreischkreisch sind übrigens sehr behindert. Die können ein Lähm. Deswegen Obacht vor Modell Kreischkreisch. Äh. Aufzug. Runder. Wir pflügen uns erstmal so gut es geht weiterhin wie gewohnt durch die ganze Scheiße hier durch. Wie ist so ein unkultivierter Bauernkopf, der wir halt eben auch sind, ne? Genau. Das ist Modell Kreischkreisch. Modell Kreischkreisch kann einen kurzzeitig stun und mal so einen Mark im Genick. Mit diesen Symbolen. Nehmen wir, glaube ich, kurzzeitig mehr Damage. Oder so. Ja, irgendwas Ungutes halt. Ja, und da oben ist dieser Spukro-Diener. Der ist auch ein kleines Arschloch. Und jetzt hauen wir, Mutter Kreischkreisch kaputt. Das sind noch mehr, aber momentan gehst du mir ziemlich auf die Klöten. Und Schluss ist. Er lebt noch, ne? Du Dreck-Sau. Haben wir hier noch mehr von euch? Ich bin gerade etwas geneigt. Ah, bin ich geneigt? Ne, also eigentlich stehe ich gerade oder sitze gerade. Also geneigt bin ich nicht. Ah. Ja, hier ist nix noch. Ja. Ja, ja, ja. Ne, ne, ja, ne. Also, ne. Ne, weil, ja, ne. Ah, ist das alles schön hier. Was haben die hier alles gemacht? Haben die mit Nutten gehandelt, dass sie so viel Kohle hatten, um das alles hier zu bauen? Ah ja, na. Ja, ja, bei denen muss man echt vorsichtig sein. Die können ganz fiese, kleine, stichlige Moves machen. Das ist unschön. Aber wir gehen von der anderen Seite runter. Oder wollen wir das? Will ich das? Ja, will ich das denn? Auch schon wieder einer mit einem Rapier. Ich mag die nicht. Die Spukrottypi ist mir lieber. Wenn ich da einfach mal den Plansch überstehe. Das gibt's doch nicht. Jetzt hör doch mal auf. Wenn ich jetzt rüberkomme, ne? Wenn ich da jetzt rüberkomme. Du kleine Stück Scheiße, du. Was willst du denn? So Schmerzen oder so? Da. Wie so ne Heulfutze. Äh. Entschuldigung. Ich mein Weinfutze. Nicht wahr? Muss doch grausam sein. Hier als Diener den ganzen Tag. Bei so rumschluchzen. Vollhorsten hier zu arbeiten. Oder nicht? Kann ich mir echt. Ziemlich belastend vorstellen. Hm. Oh. Ja. Ja, Mann. Gib mir den geilen Scheiß. Ja, gut, ne? Also hier gibt's jetzt ne Abkürzung. Und zwar... Könnte man... War das hier? Ja, man könnte hier drauf. Und dann, ne? Da auf dieses Regal landen. Und dann von da aus. Da links runter einfach. Den Hebel betätigen. Aber das wollen wir nicht. Weil dann wird man ein paar Sachen verpassen. Und ich will nix verpassen. Ich will aber nix verpassen. Nein, Mann. Ich will nix verpassen. Ich will noch ein bisschen looten. Komm schon, Alter. Hier liegt noch so viel Zeug rum. Das kann man doch nicht liegen lassen. Halt dein Maul. Können die mal richtig fliegen? Lol. Was? 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 Was ist denn los? Was war das denn jetzt? Spiel. Erklär mir das mal einer. Bitte. Kann mir das jemand erklären? Was ist da passiert? Was ist da gerade passiert? Ich weiß es nicht. Weiß einer von euch? Ne, also ich weiß es auch nicht. Arschloch. Ja, die geben halt so gut ich aus, ne? Das ist schon ein Traum. Moment, wir müssen hier rein. Plumps. Ja. Oh. Tut mir schon fast leid. Problem. Wir haben jetzt nicht alles gelootet. Warum? Ja, weil ich dumm bin. So, wir gehen jetzt wieder hier entlang. Wieder darüber. Mal hier. Und überhaupt. Und, ne? Also, man muss ja alle schon hier so eine Ordnung haben. Jetzt gehen wir hier vorsichtig auf den Wasserspeiern. Hier runter. Äh. Warum labere ich so viel? Mir ist gerade langweilig. Hier drauf. Machen wir kein Damage. So, dort drauf. So. Und jetzt gehen wir wieder in Nutten klopfen. Nicht wahr? Ach, wisst ihr, ihr seid wunderbar, weil da gibt so viele schöne Echos. Nee. Nein. 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 Stück. Scheiße. Ah, Henkerhandschuh. Richtig. Seh, da kenne ich mich doch noch aus. Denkst du, ich sehe dich nicht? Sehr schicke Klammutte. Sehr schicke Klammutte. Die Ritterhose, das Rittergewand, die Ritterhandschuhe. Wie sieht denn das aus? Ja, das hat schon Stil, ne? Das kann man schon machen. Sag mal. Ja, finde ich eigentlich gar nicht mal so unhübsch. Ja, ich glaube, dass das, ne, das... Ja, ja, also schon, ne? Schon so ein bisschen. Habe ich eigentlich Evelyn? Evelyn habe ich. Kann ich nicht, nur zu plötig 18 Blutförderung haben wir nicht. Warum habe ich das jetzt gemacht? Einfach so. Und hier drauf. Wollen wir uns da rein. Dann gibt es hier. Wir sind nach oben. Wir werden eh nochmal zurückgehen müssen. In den Traum des Jägers. Aber dann erst noch. Und wir machen im nächsten Part an Logaris. Warum erst im nächsten Part? Ich muss, äh, noch ein paar Runen austauschen. Logaris ist wirklich anfällig gegen Eingeweideangriffe. Und umso höher der Wert im Eingeweideangriff, umso mehr Damage natürlich gegen ihn. Gibt Sinn, ne? Und da werde ich dann alles, was ich habe, was meine Eingeweideangriffe verstärkt, da rein sammeln. Sprich, gibt es zwar dann weniger Blutechos in meinen Killen, aber hey, er ist ein Arschloch. Und er hat es nicht anders verdient. Megaschön, diese Behausung. Bestimmt aber auch richtig scheiße kalt. Oh, er ist... Er ist angry auf uns. Er ist angry. Oh. Ja, war er. Ritterperücke. Ritterperücke. Zur Hölle. Sie können auch Brocken droppen. Brocken, droppen, 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 droppen. Können sie. Können sie tatsächlich, aber haben sie halt jetzt bisher nicht. Warum spiele ich das jetzt hier eigentlich noch so weit? Naja, einfach. Nur damit ihr den Weg schon mal seht. Wir werden ja vermutlich noch öfters gehen. Blockaris ist nämlich ein kleiner, mieser Dreckfixer. Kaltblut! Ja, Mann! Gib's mir hart, das Kaltblut. Echt schön gemacht hier, die Klamotten. Kann man nix sagen. Finde ich ganz stylisch. Vor allem aus blutabweisendem Polyester gemacht. Nein, ist es nicht. Denkt ihr, die Zeichen des Sägers sind jetzt zufällig? Ich glaube nicht. Ja, da ist er dann, ne? Da vorne. Aber heute nicht. Heute nicht. Heute etwas ereignisloser. Dafür nächster Part ein bisschen mehr. Logaris und Entschuldigung. Eventuell DLC oder Nicolaj oder ja, ich lasse mal gar rasch. Ich weiß, es ist noch nicht so genau. Jetzt erst mal traumlos jägert. Ich sage dann schon mal Dankeschön für seinen Schalten. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal zu einer weiteren Folge meines Bloodbomb Plays Fuß wieder. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Und wenn ihr Bock habt, lasst doch gerne einen Like da. Also, tschüss. Talia. Richtig, für die Liga. Für die Liga ist immer gut. Also, tschüss.